Diese Woche traten unter anderem Reutlingens Landrat Thomas Reumann sowie Eningens Bürgermeister Alexander Schweitzer im Eninger Krügerpark ans Mikrofon, um die neue Skulptur im dortigen Kunst- und Sinnespfad einzuweihen. Ebenfalls anwesend war Künstler Jochen Wath aus Nehren, der durch seine Kunstwerke den Betrachter dazu anregen möchte, neue Denkräume zu erschaffen. Der Eninger Kunstpfad möchte alle Sinne ansprechen und darüber hinaus Künstlern aus der Region zur Präsenz verhelfen.